Hallo Menschen, durch verschiedene Inspirationen kam in letzter Zeit bei mir mal wieder die Lust auf etwas zu zeichnen und im Gegensatz zum letzten Tag, in dem ich das auch schon mal tat, müsst ihr das diesmal aber nicht erraten, sondern ich habe es euch einfach in die Überschrift geschrieben, dass es um Severus Snape gehen soll. Ich versuche mal wieder so eine Umfrage zu schalten, was von beiden euch lieber wäre, ob ihr lieber wissen wollt, was ich male, damit ihr einschätzen könnt, ob es euch interessiert oder ob euch dieses Ratespiel eigentlich Spaß gemacht hat. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich sagen möchte. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. 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 Ich wünsche euch viel Spaß beim Video.